Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen zum nächsten Preview Video des Fernbus Simulators und wir stehen heute mal nicht direkt neben unserem Bus sondern wir sind im Prinzip noch im Depot also ich nenne jetzt einfach mal das Menü Depot wir sind nämlich im Menü und warum sind wir im Menü das ist ganz einfach erklärt ihr hat nämlich unter die letzten Videos viele viele Kommentare geschrieben erstmal vielen Dank dafür für diese zahlreichen Kommentare und ja da kamen Fragen wie zum Beispiel Andi kannst du mal das Menü zeigen oder wie erstelle ich mir eine Route kann ich verschiedene Routenpunkte festlegen etc pp und das wollte ich euch jetzt erst mal ganz kurz so ein bisschen präsentiert was hier so alles möglich ist bevor wir dann letztlich unsere Route starten werden die werden wir jetzt auch direkt live hier zusammen erstellen ja ja das Menü beinhaltet erstmal hier oben rechts euren eigentlichen Namen also ich bin zwar nicht Matthias aber irgendwie doch habe im Moment 0 xp weil das im Moment noch nicht funktioniert mit diesem System und dann haben wir einen Start Game Button da kommen wir gleich noch zu und wir haben einen Settings Button da klicke ich jetzt mal drauf und da landen wir in den Settings und in den Settings habt ihr zum einen die Game Settings wo ihr euch unter anderem die Event Frequency einstellen können die ist jetzt bei mir auf komplett voll eingestellt also das heißt Staus oder Verkehrskontrollen oder was halt TML sich da noch so überlegt hat ja dann gibt es hier Show Tutorial einen Button den habe ich nicht aktiviert das ist oben in der Mitte diese Tutorial Geschichte was muss ich wann drücken also diese Hilfestellung für euch wenn ihr jetzt am Anfang noch ein Tutorial benötigt könnt ihr euch das anmachen dann haben wir ein Show Navigation System Button das ist dieses große Navigationssystem was man hier so auf der Karte immer sieht wenn man fährt ist jetzt bei mir eingeschaltet dann haben wir ein Show Hotkey Wheel Button den können wir ausmachen den benutze ich eh nicht das ist dieses Schnelltasten dann haben wir ein Stop Areas Visible Button wenn ich den klicke dann habe ich diese grünen Felder nicht wo mein Bus drinsteht wo ich weiß wo ich hinfahren muss ich lassen heute aber mal an damit ich weiß wo ich hinfahren muss dann haben wir den Non Passable Planes Visible Button das heißt das sind diese Absperrungen an Straßen wo ich eigentlich nicht reinfahren sollte wo wir ja beim letzten Dreh gegen unsichtbare Wand oder auch mehrere unsichtbare Wände gefahren sind weil die Karte nicht funktioniert hat ähm der ist jetzt momentan wieder an ich würde aber sagen den machen wir wieder aus weil es spannender ist auch wenn ich vielleicht mal irgendwo gegenfahre dann haben wir ein Patrol Station Areas Visible Button das ist im Prinzip genau das gleiche wie hier oben nur für Tankstellen gedacht ähm dann haben wir einen Show Ingame Messages Button ja den lasse ich jetzt auch einfach mal an und wir haben noch Time Units die wir einstellen können das lassen wir auch alles so wie es ist und sagen jetzt einfach mal Accept so dann gibt es die Graphics Settings da könnt ihr euch zum einen eure Auflösung einstellen das ist bei mir jetzt tatsächlich 1920x1080 schon alleine wegen Aufnahme und so weiter ähm dann habt ihr die Möglichkeit Fullscreen Windowed oder Fullscreen Borderless euch einzustellen wie ihr das möchtet Field of View könnt ihr euch einstellen das ist bei mir jetzt nicht komplett mittig ich bin halt ein bisschen weiter vom Dashboard weg ihr könnt es natürlich noch mehr einstellen dass ihr ein extrem großes Field of View habt man kann sich die Resolution Scale einstellen die Distance Scale und so weiter und so fort das sieht man hier alles also das ist bei mir tatsächlich jetzt momentan alles auf Epic oder Full eingestellt mal abgesehen von Motion Plur weil Motion Plur mag ich persönlich jetzt nicht so weil ihr kennt das sicherlich ähm wenn man fährt und dann die Autos kommen einem entgegen und fahren an einem vorbei und das zieht sich dann alles so seltsam halt hinterher ja also so ein so ein so ein ja wie nennt man das denn so ein Verzieheffekt also ich mag es halt nicht deswegen ist es bei mir nicht aktiviert ihr könnt das natürlich auch vollstellen aber das ist dann naja Geschmackssache oder ihr könnt Auto Detect sagen ich denke mal dann wird das automatisch auf euren Rechner abgestimmt aber ich denke mal die meisten stellen sich das e-manuell ein so da gehen wir mal einfach auf Back ich habe ja nichts verändert dann gibt es noch die Audio Settings ja das ist denke ich mal selbst erklären da brauche ich gar nichts großartig zu sagen da habt ihr halt Music, Voice, Effect und Ambient ist jetzt momentan alles auf Komplett Voice gibt es ja noch nicht wird aber denke ich mal noch kommen sonst steht sie nicht also die Passagiere reden ja im Moment noch nicht dann gehen wir zurück dann haben wir noch die Control Settings und da könnt ihr euch dann die generellen Kontrollen einstellen ich zeige euch das mal gerade zum Beispiel wie laufe ich vorwärts wie laufe ich rückwärts wie kann ich dieses Hotkey Wheel aktivieren und bedienen wie kann ich springen also das geht ja auch das geht zum Beispiel mit der Leertaste wie interagiere ich mit Gegenständen wie aktiviere ich mein Smartphone wie kriege ich die World Map während ich fahre oder kann ich ja auch mir dann eine Karte anschauen das kann man hier alles einstellen ich glaube die liegt bei mir auf M oder so wartet mal ja die liegt auf M jetzt könntet ihr natürlich hier neben noch eine weitere Taste zuweisen wenn ihr jetzt sagt ich möchte das statt auf M auch noch auf K haben für Karte dann drückt ihr halt hier auf hinzufügen und sagt halt wenn er fragt drücken sie eine Taste dann sagt ihr halt K und dann steht hier M und K das wäre dann halt für die generellen Kontrollen und dann gibt es natürlich noch die Vehicle Controls und da ist das ähnlich da könnt ihr euch auch alles einstellen wie ihr das gerne haben möchtet das wäre im Prinzip erstmal jetzt so ein bisschen das Menü erklärt mit Controls und Settings und keine Ahnung ja und jetzt kommen wir um endlich auch mal anfangen zu können tatsächlich zu Start Game da klicke ich jetzt mal drauf und da landen wir auf unserer Karte die Karte die seht ihr hier rechts die sieht so aus das sieht jetzt alles ein bisschen katastrophal aus ist aber nicht schlimm da könnt ihr mit eurem Mausrad natürlich auch rein scrollen ja also ihr könnt hier ganz nah rangehen könnt euch das ein bisschen genauer angucken wenn ihr jetzt hier habt ihr ja mehrere Städte aufeinander hängen und sagt wo muss ich denn jetzt hinklicken dann fahrt ihr halt näher ran und zieht euch das hier ein Stückchen rüber und dann habt ihr auch bessere Kontrolle um eure Städte so zu markieren wie ihr das möchtet hier oben gibt es jetzt dann noch ja verschiedene Optionen Freeplay wenn ich da drauf klicke kann ich tatsächlich Freeplay machen also ich kann frei rumfahren kann eine Stadt wählen wo ich starten möchte stellt euch vor wie GTA Fernbus Entschuldigung es heißt ja GTA ich mache immer wieder den Fehler dann gibt es Standard da steht jetzt im Moment noch gar nichts ich nehme mal an dass das Standardspiel später sein wird und es gibt die Custom Routes da kann ich mir jetzt tatsächlich Routen erstellen ihr seht ja hier schon da bin ich beim letzten Mal gefahren Bonn Wiesbaden die habe ich jetzt mal drin gelassen um euch das mal zu zeigen die kann ich natürlich dann auch noch editieren wenn ich das möchte da kann ich dann noch Zwischenhalter einfügen ihr seht ja jetzt hier auch ist das markiert ja ich kann mir da noch Zwischenhalter einfügen oder kann Wiesbaden komplett rausnehmen kann sagen ich will nicht nach Wiesbaden fahren ich will hier keine Ahnung könnte man sonst hinfahren nach Würzburg oder so und ich kann mir natürlich auch eine neue Route erstellen und das machen wir jetzt bevor wir losfahren natürlich weil wir wissen ja noch nicht wohin wir fahren so da sagen wir New so und dann bekommen wir eine neue Übersicht da steht jetzt hier oben Route Number da geben wir mal eine 1 ein so ähm und ihr habt hier ein Feld da werden jetzt gleich die ganzen Punkte erscheinen die ihr hier auswählt wo ihr lang fahren wollt so ich würde sagen wir machen das mal so ich meine mich zu erinnern es hätte Leute gegeben die hätten sich Rostock und Hamburg gewünscht deswegen würde ich sagen wir machen das mal so wir fahren hier oben mal so ein bisschen an ja an der Küste ist ein bisschen übertrieben gesagt aber ja so ein bisschen hier im Hamburger Bereich lang das lang aber mehr hessisch egal gehen wir mal auf Bremen starten in Bremen jetzt seht ihr hier erscheint Bremen Busbahnhof dann fahren wir nach Hamburg dann erscheint Hamburg ZUB ich kann das natürlich dann auch später hier rumschieben wenn ich jetzt sage ich möchte in Hamburg starten und will nach Bremen kann ich mir hier mit diesen kleinen Pfeilen praktisch die Positionen ändern das geht auch also ich kann die untereinander noch verschieben und wir fahren bis nach Rostock so das wäre unsere Route man kann dann später auch noch einstellen die schnellste Route nach Priorität oder die ja die kürzeste Route und hier unten seht ihr dann die Distanz und die Reisezeit und wie viel mal wir stoppen insgesamt ja das ist im Prinzip das ganze Drama ihr könnt natürlich jetzt auch sagen wenn ihr ach ich hab Zeit ich hab jetzt Bock noch weiter zu fahren ihr könnt jetzt noch Selin nehmen ihr könnt auch komplett bis runter noch nach Dresden fahren oder was weiß ich nach Köln rüber also ihr könnt hier wirklich diverse Routenpunkte noch anlegen also das ist noch lang nicht alles dass ihr da jetzt nur drei Routen wählen könnt das ist jetzt einfach so das was ich mir einstelle ja dann sagen wir mal Save Enter Route File Name ja wie nennen wir die jetzt einfach mal Bremen bis Rostock so und sagen OK dann ist das ganze gespeichert und dann kann ich das hier auswählen und sag Next und dann komme ich nämlich ins eigentliche Auswahlmenü wie ich denn jetzt fahren möchte womit ich fahren möchte ihr seht jetzt hier MAN Lines Coach oder MAN Lines Coach C ich würde sagen wir fahren tatsächlich aber auch nochmal mit dem MAN Lines Coach momentan weil ich den persönlich lieber fahre ihr wisst ja ich und lange Busse das verträgt sich nicht so ganz ich verspreche euch aber wir fahren auch nochmal mit dem Lines Coach C ich denke mal beim nächsten Mal dann tatsächlich so ihr könnt euch jetzt die Schwierigkeit hier unten einstellen wenn ihr da drauf klickt gibt es einmal Simple Simple bedeutet einfach da passiert alles automatisch da braucht ihr gar nicht viel machen finde ich ein bisschen extrem einfach benutze ich eigentlich auch nicht es gibt Realistic da müsst ihr tatsächlich alles ja selber machen und es gibt Customized da könnt ihr jetzt einstellen was ihr machen wollt und was nicht ich bin beim letzten Mal Realistic gefahren ich würde sagen ich fahre auch wieder Realistic das heißt Motor müsst ihr anmachen ihr habt nicht dieses simple fahren sondern ihr müsst halt auch wirklich mit Schaltungen und so weiter ihr müsst die Lichter und die Türen bedienen die Klimaanlage und ja Leselichter und WC und so weiter und so fort und ihr habt jetzt natürlich hier noch die Möglichkeit zu sagen Start vom Depot geht nicht deaktivieren in der Option weil das standardmäßig vom Depot startet deswegen werde ich jetzt doch Customized machen mache aber jetzt hier die ganzen Häkchen raus und auch Start vom Depot raus weil jetzt starten wir nämlich tatsächlich direkt am Busbahnhof um uns ein bisschen ja Zeit zu sparen ich denke mal vom Depot müssen wir jetzt nicht erst losfahren so dann mache ich Accept so das wäre einmal die Schwierigkeit dann kann ich hier sagen Date da kann ich jetzt auswählen wann ich fahren will wann fahren wir denn mal wir fahren im August da ist schönes Wetter fahren wir mal am Montag dem 1. August so okay dann die Uhrzeit fahren wir mal morgens um 7 Uhr 6 Uhr 30 ist ja eigentlich schon hell wir fahren um 6 Uhr es ist zwar extremst aber vielleicht wollen ja die ein oder anderen auch zur Arbeit fahren ja und fangen um 8 Uhr an und kommen dann auch nicht pünktlich weil die Fahrt wahrscheinlich eh länger dauert egal wir nehmen 6 Uhr morgens und dann haben wir natürlich auch noch hier unten Weather also die Möglichkeit uns das Wetter ein bisschen anzupassen und da seht ihr auch schon da gibt es jetzt Dynamic gibt Sunny also Sonnig Cloudy für Wolkig Rain für Regen und Snow für Schnee der ist allerdings jetzt nicht anklickbar ja sieht man hier da kann ich nichts machen liegt daran weil wir August haben also jetzt im Real Life nicht aber wir haben jetzt hier im Fernbo Simulator August und im August schneit es ja bekanntlich nicht also im Normalfall wobei Klimawandel und so man weiß es nicht jedenfalls geht es hier jetzt nicht einstellen finde ich auch ganz gut so und ja jetzt können wir auswählen wollen wir dynamisches Wetter wollen wir sonnig wollen wir es wirklich oder regend und ich möchte es jetzt tatsächlich sonnig haben weil ich hatte das ja auch beim letzten Mal angekündigt ich finde es schöner und man sieht ein bisschen mehr auch von der Gestaltung so Accept und das wäre jetzt erstmal soweit alles an Einstellungen was wir brauchen ich werde jetzt den Simulator laden lassen und dann sehen wir uns gleich wieder und werde mir so lange nochmal schnell was zum Trinken besorgen bis gleich Leute so wir stehen jetzt hier in Bremen am Busbahnhof und sind im Prinzip soweit erstmal bereit dass das Ganze losgehen kann ich habe jetzt nochmal so ein bisschen die Zeiten angepasst weil ich hatte Zwischenzeiten jetzt in Hamburg von 2 Stunden das wäre glaube ich ein bisschen kontraproduktiv gewesen da jetzt dann 2 Stunden in Hamburg rum zu stehen es kann sein dass die Zeiten jetzt auch ein bisschen komisch berechnet sind und dass wir vielleicht dann auch eine Verfrühung oder Verspätung bekommen aber ich denke mal in Hamburg sollte man einigermaßen pünktlich sein in Rostock haben wir dann vielleicht ein bisschen Verspätung aber ihr werdet das gleich noch genauer sehen ich logge mich jetzt erstmal am Handy ein damit wir überhaupt dann erstmal den Ticketverkauf starten können so man sieht jetzt hier wir haben 5.55 Uhr 6 Uhr geht es los 6.32 Uhr sind wir in Hamburg 6.34 Uhr fahren wir weiter und 6.51 Uhr werden wir eigentlich in Rostock das wird aber wahrscheinlich nicht hinhauen nichtsdestotrotz ist egal es soll ja einfach nur mal drum gehen um euch zu zeigen man kann hier definitiv auch zwei Routen am Stück fahren so was hat er denn hier er will nach Rostock das passt dann würde ich sagen du kannst deine Karte bei mir abgeben so was ist mit dir du willst auch nach Rostock ja ist recht wartet mal ich mache euch gerade nochmal hier so können wir schon mal einsteigen dann haben wir hier Bremen Rostock das passt wo willst du hin sie will nach Hamburg passt auch und sie möchte oder ist das ein R ne es müsste eine Sie sein oder ist das ein R ne es müsste eine Sie sein das ist eine Sie sagen wir noch jemand der hier irgendwie mit will nö keiner mehr da gut dann schauen wir mal ob die Koffer abgeladen sind so einmal auf und da liegen Koffer ja wunderbar das hat geklappt so und hier sieht man zum Beispiel auch noch was was ein bisschen buggy ist der LKW fährt nicht vorbei obwohl er genug Platz hat ähm weil der Bus manchmal etwas weit auf der Straße spawnt das ist ein bisschen seltsam noch das sollte man vielleicht auch nochmal überarbeiten ähm vielleicht mal so als kleiner Hinweis weil ansonsten hat man irgendwann hier massig Stau hinter sich ähm ich kann ja gerade nochmal so ein bisschen hier drüben gucken was da noch so steht da steht zum Beispiel hier so ein so ein Automat ja und ähm was haben wir denn noch hier so wer erkennt denn jetzt hier überhaupt Bremen wieder ich meine es es gibt ja bestimmt unter euch Leute die aus Bremen kommen oder aus der Umgebung und wissen wie der Bremener ähm Busbahnhof aussieht kommt das ganz gut hin oder sagt ihr ne das passt überhaupt nicht das gefällt mir überhaupt nicht das sieht ja wohl gar nichts aus würde mich mal interessieren dann schreibt es mal in die Kommentare rein ich kann ja auch nochmal gerade ah ich habe die Taste nicht belegt das ist schön ähm wartet das können wir gerade machen das geht nämlich auch wunderbar jetzt hier während man ingame ist kann man natürlich auch alles anpassen was man möchte so wie ich euch das ja vorhin gezeigt habe im Part 1 beziehungsweise ich glaube wir sind noch im gleichen Part ich weiß es gar nicht ähm so warte mal was haben wir denn hier Toggle Vault Map ist auch noch nicht belegt können wir auch direkt noch machen dann machen wir mal hier M wie Map und äh Spectator den habe ich gesucht der ist eigentlich auf Scroll Lock den mache ich mir allerdings jetzt mal auf die Taste V wie ich das immer habe so einmal Back einmal Back und einmal raus so und jetzt können wir noch mal ganz kurz uns das Ganze von oben ein bisschen anschauen so würde das Ganze von oben aussehen da drüben haben wir was haben wir denn da das ist bestimmt der normale Busbahnhof ich glaube nicht dass ich hier mit meinem Fernbus langfahre sieht auch ordentlich aus ja wer das wieder erkennt also wie gesagt haut es mir mal in die Kommentare interessiert mich warum höre ich eigentlich Frösche wo sind denn hier Frösche und wo ist mein Bus warte mal ich bin falsch ah ich bin falsch so und einmal absetzen jawohl so dann schauen wir noch mal ganz kurz hier hinten ob die alle drin sitzen so wie sie sollen was wird das für eine Gestik ich gucke meine Hand mal an schöne Hand gefüllt mir oh ich bin full smoothie ich gucke meine Hand mal an mein Hand gefüllt mir oh ich bin full smoothie aber ich finde das cool diese Bewegung die die haben nicht dieses starre da sitzen einfach nur sie machen auch wirklich was er guckt auf das nicht vorhandene Smartphone wahrscheinlich ne aber sie sitzen ordentlich da das passt alles wunderbar dann könnten wir theoretisch jetzt starten würde ich sagen dann Lantern bis hin sch